Und, alles okay? Alles okay? Bro, ich fühl mich wie im Hotel. Ich hab Essen, ich hab Trinken, ich darf in deinem Bett schlafen und ich kann sogar Fernsehen gucken. Sehr gut, das freut mich. Hier kannst du auch noch Blaze spielen, wenn du willst. Und Bro, alles gut? Junge, gibt's echt nirgends mehr Platz und nicht mal ne Matratze? Ne, sorry man, gibt nix anderes. Gute Nacht.